Speziell entwickelt für den harten Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft wurde die Yamaha Kodiak 700 EPS. Das Nutzfahrzeug ist leistungsstark, verfügt über eine stattliche Zugkraft, ist mit allerlei nützlichen Features für die Arbeit ausgestattet und kann mit diversem Zubehör erweitert werden. Mit einem 708 Kubik großen Motor, einer maximalen Zuladung von 140 Kilo, 600 Kilo Anhängelast und einer bequemen Sitzbank ist die robuste Arbeiterin für lange und harte Arbeitstage gewappnet. Ausgerüstet mit Streugerät, Spritzenwagen und Räumschild lässt sich der Arbeitsbereich der Yamaha Kodiak 700 EPS beträchtlich erweitern. So lassen sich beispielsweise der Hof im Winter vom Schnee befreien oder die Felder im Frühjahr mit Saatgut und Schneckenkorn bestellen. Die Kodiak 700 EPS ist die Spezialistin von Yamaha. Neben ihr leisten aber auch das Side-by-Side Wolverine und die Grizzly als luxuriöse Schwester der Kodiak einen nützlichen Dienst, wenn es um die Arbeit geht. εκадц Ciaoets students Music Musik 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 Musik